Es ist mega cool, dass wir hier die Young Driver Challenge in Wohlen durchziehen können. Ich meine schon mal in erster Linie, dass ich wieder mit meinem alten Partner Autoscout und Seat etwas beistellen darf. Und zwar nicht irgendetwas. Ich glaube, es ist die grösste Schweizer Nachwuchssichtung, die es bis dato gegeben hat. Es war wirklich toll zu sehen, was sich da für Jugendliche eingeschrieben haben, mit wie viel Begeisterung und Engagement die da dahinter sind. Es macht richtig Spass und ich bin auch sehr positiv überrascht von den gesamten Jugendlichen, die da sind. Die sind voll engagiert, es hat wirklich ein paar Talente darunter und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Schritt. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass dieses Young Driver Challenge in Wohlen ist. Ich bin sehr glücklich, dass die Jury gewonnen hat und die ganzen Herausforderungen haben. Ich bin sehr glücklich, dass sie diese große Chance haben. Ich bin wirklich glücklich, dass sie das gemacht haben. Ich bin sehr glücklich, dass die Jury gewonnen hat. Ich bin sehr glücklich, dass die Jury gewonnen hat. Musik bei der Young Driver Challenge in der Jury mitwirken zu können, ist für mich eine Riesenehre. Und hätte ich als Kind die Möglichkeit gehabt, hier mitzumachen, ich hätte 150 Prozent gegeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.